Hi Leute, herzlich willkommen beim Schachpanda, schön dass ihr da seid. Ich habe mir eure Anmerkungen zu meinem 10K Special natürlich zu Herzen genommen und ganz viele Leute haben mehr Strategie verlangt und deswegen kommt sie hier, die Mehrstrategie. Wir machen heute wieder eine Strategieaufgabe, aber zunächst eine ganz wichtige Ankündigung am Samstag. Diesen Samstag um 20 Uhr werde ich mit Rainer Buhmann auf meinem Twitch-Kanal gemeinsam eure Fragen zu unseren gemeinsamen Videos zum Thema effektives Schachttraining beantworten und ich würde mich mega freuen, wenn ihr dabei seid, mit Fragen stellt und das Ganze einfach zu einem interaktiven Erlebnis machen, wo wir alle wirklich noch was lernen können. Aber kommen wir zu dieser Aufgabe. Sie ist wieder aus dem Buch Mastering Chess Strategy und das Einzige, was ich euch sagen kann, dass es das weiß am Zug ist und hier steht Indicate your first two moves und einen kurzen Plan. Also die ersten zwei Züge und einen Plan, das ist eure Aufgabe und ich würde euch wie immer empfehlen, jetzt gleich das Video anzuhalten und euch selbst erstmal Gedanken zu machen und dann das am Ende mit meiner Lösung zu vergleichen. Also haltet jetzt das Video an, macht euch Gedanken und überlegt euch, was ihr als weiße hier spielen würde. Worum geht's? Jetzt kommt meine Lösung. Ich habe diese Stellung noch nie gesehen und mache das hier wieder live. Das heißt, es kann sein, dass ich hier wirklich Quatsch erzähle, aber so ist es halt im Schach. Manchmal schätzt man Stellungen falsch ein. Ich sage mal, was ich hier sehe. Als erstes zähle ich mal das Material durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Bauern von Schwarz und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Bauern von Weiß. Das heißt, Weiß hat gerade einen Meerbauern, aber dafür hat er natürlich hier so einen komischen isolierten Doppelbauern und dafür steht dann noch der Blockadespringer. Das beste Feld des Springers ist dieses Blockadefeld vor dem isolierten Bauern. Deswegen ist diese Bauernanzahl gerade wirklich nicht so wichtig, weil das im Prinzip nur wie einer gilt. Zumindest so, wie es jetzt aussieht. Was fällt mir noch ein? Auf, der schwarze König ist noch in der Mitte. Und ja, was würde Schwarz im nächsten Zug machen? Der würde wahrscheinlich hochieren, um eben seinen König aus der Mitte zu bekommen. Und deswegen könnte ich mir als erste Idee sehr gut sofort vorstellen, dass man hier nimmt, mit der, man muss sich ja sowieso um seinen Turm kümmern, mit der Idee, dass wenn der König wieder nimmt, Schwarz schon mal die Rochade verloren hat, dann kommt der nächste Turm dahin und dann kriegt man einen guten Angriff möglicherweise. Beziehungsweise kann der König nicht hochieren. Der andere Zug, der mir dementsprechend auch mit auffällt, ist Läufer C6 Schach. Mit der Hoffnung, dass Schwarz vielleicht nicht den Springer gut dazwischen ziehen kann, sondern seinen König ziehen muss und dann die Rochade auch verloren hat. Und das wäre dann was, worauf man setzen kann hier als Weißer, dass man sagt, es sind noch eine Menge Schwerfiguren auf dem Brett. Der König in der Mitte, der fühlt sich wahrscheinlich nicht so wohl. Im Endspiel ist das wieder anders. Da fühlt er sich möglicherweise wohl. Und da Schwarz einen Mehrbauern hat, aber eben der König in der Mitte ist, würde ich jetzt für mich als Thema dieser Stellung so ein bisschen rauslesen, okay, es geht darum, dass man aktiv spielt als Weißer und diesen Fakt, dass Schwarz noch nicht rochiert hat, hier ausnutzt, um diesen Minusbauern, den man schon langfristig hat, irgendwann erstmal zu kompensieren mit aktivem Spiel. Und das heißt, meine beiden Kandidatenzüge wären die beiden. Ich fange mal an mit dem. Mit dem habe ich jetzt zuerst angefangen. Also wenn der König nimmt, ganz klar, dann geben wir hier diese Schach und das... So, und wenn Schwarz dann hierhin geht, dann möglicherweise können wir auch versuchen, uns in der D-Linie zu verdoppeln, dass Schwarz sich eben nicht dagegenstellen kann. Schwarz würde natürlich am liebsten versuchen, danach wieder den Turm aus der D-Linie rauszutauschen. Also ich zeige euch mal was. So was, so was. Und jetzt würde Schwarz am liebsten danach den spielen, also kann man danach vielleicht so was spielen. Jetzt droht ja hier das Schach. Und Schwarz kann eben nicht den spielen, weil ich diesen Zug verhindert habe. Durch Dame D2. Und jetzt spielt man... Das ist gar nicht so ein... Dieses Felddecken. Na gut, kann er schon irgendwie machen. So. Aber... Dann hat man sicherlich auch weitere Kompensationen. Allerdings ist halt dieser Springer schon sehr stark. Und jetzt zum Beispiel dieser Läufer, der macht wenig. Ja. Das gefällt mir... Weiß ich nicht genau, weil ich nicht so genau weiß, wie ich weiterkomme. Meine Dame kommt nicht nach da, nicht nach da, und ich werde diesen Springer nicht los. Könnte man schon machen, aber... Ich würde jetzt mir dementsprechend erstmal Läufer C6 angucken. Und als ersten Zug erstmal Springer D7. Dann fesselt natürlich der Schwarze seinen Springer. Und dann ist klar, wir können da voll auf diese Fesselung drauf gehen. Also nach dem gehen wir jetzt einfach voll drauf. Fang an. Turm D1. Jetzt hängt der wieder. So. Jetzt gehen wir da nochmal mit der Dame drauf. Und jetzt sind wir mit all unseren Figuren, die wir noch auf dem Brett haben, auf diesem Springer und werden den... ähm... Gewinn. Weil er das Schwarze nicht mehr lösen kann. So. Wenn er jetzt... Seht ihr. Wenn er jetzt irgendwie... äh... rochiert oder so, dann ist der einfach... Dann nehmen wir den... ähm... Weg und gewinnen diese Stellung. Übrigens habe ich gerade gesehen, ich muss nochmal beim Stellungsaufbau und darauf gehen, dass Schwarz noch äh... rochieren darf. Ähm... So. Ich mache die gleiche Stellung. Ich hätte nur nicht eingestellt, dass Schwarz rochieren darf. Jetzt darf er das. Und das ist natürlich wichtig. Wir gehen einfach mal davon aus, dass er das darf, auch wenn das nicht steht in der Stellung. Also. Läufer C6 hat mir schonmal sehr gut gefallen, weil Springer D7 nicht geht, also muss der König ziehen. Der wird halt nach da ziehen. Und jetzt ist aber natürlich das Problem, dass jetzt unser Turm hängt, der ist sogar... Schaut mal, der ist sogar doppelt angegriffen. Der muss jetzt reagieren, das heißt, wir können ihn nicht mehr decken. Der wird sich abtauschen müssen, und jetzt nimmt Schwarz so wieder. Und jetzt kriegt Schwarz aber erst recht die D-Linie. Im Vergleich. Im Vergleich zur Stellung eben ist es sicherlich eher besser für Schwarz. Weil jetzt kommen wir ganz schlecht an den König ran, wenn wir nicht die D-Linie bekommen. Und deswegen läuft es E6, sieht verlockend aus, aber König E7 schafft wahrscheinlich für Schwarz genau das, was er will, dass er die Türme verbindet und dann mit dem Turm wieder schlagen kann. Und deswegen komme ich wieder zurück. Ihr seht, so funktioniert das manchmal, dass man so ein bisschen hin und her switcht, um sein, aus seinen Ideen. Ich würde jetzt doch wieder den bevor... Ich meine, was habe ich noch für eine Idee? Ich könnte versuchen irgendwie... Weiß ich nicht, ob Dame D4 auch mal eine Idee sein kann. Dame D4 könnte... Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Ideen spiele, dann könnte Schwarz einfach auch hier. Und wird seine Probleme lösen. Dame D4 könnte noch eine Idee sein, aber das ist natürlich Quatsch. Weil wenn er da nimmt und jetzt hängt da natürlich nach dem ein Turm und wenn ich hier zwischen nehme, dann kann auch die Dame nehmen. Also es ist Dame D4 natürlich gar keine Idee. Ihr seht, deswegen, ich mache das live und habe manchmal genauso dumme Ideen wie ihr vielleicht auch manchmal auch. Dass er einfach mal eine Idee hat, die einfach überhaupt nicht funktioniert. Aber wichtig ist es auch, darüber zu sprechen. So, also ich nehme hier und ich denke, ja, es ist vielleicht gar nicht so wichtig, ob die Dame oder der König... Obwohl, man kann natürlich schon mit der Dame wieder nehmen, in der Hoffnung, dass man immer noch hochieren kann. Ja, jetzt möchte Schwarz natürlich als nächstes wieder hochieren. Und wir können jetzt halt nicht Turm D1 spielen, weil die Dame da steht. Aber jetzt könnten wir vielleicht Läufer C6 spielen. Und dann muss der König nach da. Und diese Aufstellung sieht auf jeden Fall ein bisschen schlechter aus für Schwarz, als wenn der Turm schon auf D8 steht. Ich weiß nur nicht, wie ich jetzt diesen... ich müsste jetzt diesen Turm da hinbekommen. Vielleicht ist dann irgendwann auch mal jetzt Dame die 4 mal eine Idee in so einen Stellung. Greift den an und bereitet die Verdoppelung vor. Und wenn er jetzt tauscht, jetzt habe ich meine Bauernstellung repariert. Seht ihr das? Meine Bauernstellung ist wunderbar repariert. Wobei jetzt wahrscheinlich auch diese... Jetzt steht der König aber halt ganz okay. Und diese Stellung dürfte jetzt... Ja, jetzt haben wir einen Mehrbauern, ne? Tatsächlich. In diesen Stellung haben wir jetzt einfach einen Mehrbauern. Deswegen ist Dame die 4 schon eine Idee, wenn wir später mal es schaffen, diesen Damentausch zu erzwingen und unsere Bauernstellung zu reparieren und gleichzeitig diesen guten Springer zu vertreiben und dann unseren Mehrbauern zu haben. Deswegen denke ich, Dame die 4 sollte mit in unsere Strategie gehören. Und vielleicht macht es ja auch einfach Sinn, eh Dame die 4 zu spielen. Auch wenn der König wieder nimmt. Vielleicht ist Dame die 4 viel besser als Tom. Tom die 1 sieht so verlockend aus, aber vielleicht ist es das gar nicht. Vielleicht ist Dame die 4 hier besser. Tausch, tausch. Der König steht weiterhin im Zentrum ganz okay, aber wir haben jetzt einfach Mehrbauern. Und der Springer muss erstmal irgendwo hin. Der findet keine so richtig guten Felder. Da und so. Unser Läufer ist jetzt sehr gut und dann kann ich unseren Turm aktivieren. Das gefällt mir sehr gut tatsächlich. Das heißt, ihr seht, ich dachte, es geht darum, irgendwie den König in der Mitte zu belästigen und anzugreifen. Mittlerweile denke ich, man hat zu wenig Figuren. Gerade dieser starke Springer. Und man kommt nicht, wenn der König auf die 7 steht, dann kommt man ganz schlecht an den ran. Also ist mittlerweile meine Idee, dass man eher versucht, die Bauernstellung zu reparieren und mit einem Mehrbauern zu spielen. Also meine Lösung ist jetzt Tom die 8. Auf den spiele ich den. Und auch auf den, denke ich, werde ich den spielen. Greift die Dame an, greift den an. Was natürlich Schwarz spielen kann, sehe ich jetzt, ist die kurze Rochade. Deswegen wollte ich ja hier, hier wollte ich das Zwischenschach geben, um auf den dann den zu spielen. Weil wenn ich, wie gesagt, jetzt den spiele, dann kann Schwarz kurz rochieren. Gut, dann kann ich natürlich den spielen und auch sagen, ich bekomme jetzt hier die offene Linie. Ich habe jetzt die Linie bekommen und tauschen kann er nie, weil ich dann so wieder nehme. Und wenn er jetzt weg muss, dann kann ich vielleicht irgendwie weiter rein. Aber auch das ist weiterhin nicht so einfach, weil ich halt dieses Feld nie bekommen werde. Dieser Springer ist einfach ein Monster. Deswegen, ich denke, der ist schlechter. Weil dann kriegt der mit Schach. Könnte ja natürlich immer auch noch den spielen, sehe ich jetzt, um nicht diesen Tausch zu machen. Dann könnten wir aber den spielen. Und das weiter, weil jetzt kriegen wir diese Stellung ähnlichen, wie die, die ich vorhin gesehen habe. Okay, das heißt, ihr seht, meine Lösung dreht sich so um diesen Bereich. Tauschen auf D8, Dame D4, Tom D1, vielleicht Läufer C6 einschalten. Es gibt zwei Ideen. Wir kriegen die D-Linie oder wir reparieren auf D4 unsere Bauanstellung. Das sind jetzt so meine Themen, die ich herausgefunden habe. Die Varianten. Und ich schaue mal in die Lösung. Ich schmeiße nebenbei schon mal jetzt den Computer an und zeige euch das. Was sagt die Engine? Lichess. So, was sagt sie? Wir gehen natürlich ganz zurück in diese Stellung. So, und wir gucken kurz in die Buchlösung. Und dann gucken wir mal, was ihr so gesehen habt. Also, die Buchlösung sagt jetzt Läufer C6, König E7, Tom D4, Rufzeichen. Okay, das ist natürlich, ich habe ja hier abgebrochen, habe gesagt, okay, der Turm hängt doppelt. Die einzige Chance ist da zu nehmen. Ich habe den einfach übersehen, dass man auch mit dem Turm nach D4 gehen kann, die gleiche Idee, mit der Idee, sich danach zu verdoppeln. Und wir gucken mal, wie es in der Partie gelaufen ist. Und dann kam Turm D6, Läufer G2, Turm D8, Turm D1. Und ihr seht, hier steht weiß halt einfach schon klar besser jetzt mit seinen Figuren in der D-Linie. Es kam Springer A4 und jetzt kam Turm D6, Turm D6, Turm D6, König D6, Dame E4, Rufzeichen, weil Dame C6 droht. Und jetzt wird der König halt wirklich schwach. Der ist jetzt einfach zu weit draußen in der Mitte. Und hier hat dann am Ende weiß gewonnen die Partie. Okay, diese Idee habe ich nicht gesehen, Turm D4. Der Computer sagt, das Tauschen ist tatsächlich gar nicht gut. Das Tauschen ist nicht gut. Er nimmt aber nicht mit dem König, er sagt mit der Dame wieder nehmen. Und darauf dachte ich ja, Dame D4 ist eine Idee. Jetzt sagt der Computer aber einfach rochieren. Und ja, diese Stellung hatte ich auch gerade auf dem Brett und habe gesagt, ich weiß nicht so richtig, wie es weitergeht. Und tatsächlich ist es so. Hier war es nur einen kleinen Vorteil, weil der König eben nicht doch rochieren konnte. Deswegen hatte ich ja auch überlegt, als Zwischenzug einmal den zu spielen. Aber diese und dann den zu spielen und dann sagt der Computer aber einfach, er deckt den. Und dann ist nichts los. In dieser Stellung ist jetzt im Vergleich zu der scheinbar nichts los. Ich dachte dann ja, ich kann einfach den spielen, aber dann geht er wieder weg. Und ich komme halt nicht rein. Diese Felder sind halt immer alle gedeckt und ich kriege keinen weiteren Zugriff. deswegen, deswegen, ja, hier der Schlüsselmoment ist aber dieser Zugturm D4. Und dass dann irgendwie die Dame doch schlecht, die 8 stand sich besser, weil sie nach da gehen konnte. Und das ist tatsächlich der Schlüsselmoment, dass man hier rüber spielt. Er sagt jetzt auch nichts genau zu den Ideen dahinter. Das ist jetzt eine sehr konkrete Variante. Ich versuche mal meine Lösung zu bewerten und ihr könnt ja mal versuchen eure Lösung zu bewerten. Ich denke, dass ich schon diese Themen erkannt habe. Natürlich, es geht um die D-Linie. Es geht darum, dass der König noch in der Mitte ist. Es geht schon ein bisschen um dieses Feld D4. Aber die genaue Variante habe ich nicht gefunden. Und ich habe aber tatsächlich immer wieder erkannt, dass es nicht einfach, dass Schwarz diese Auffangstatt mit diesem Springer hier und dem König hier im Prinzip alles decken kann und dass diese Variante so stark ist. Und wenn Schwarz, sagen wir mal, Schwarz macht jetzt nichts und ich würde jetzt den spielen und Schwarz macht den. Er will natürlich jetzt auf die B-Linie sagen, okay, sagen wir, er macht so nichts. Das ist vielleicht ein bisschen geschickter. So, so. Und dann verdreifacht man sich einfach auf der D-Linie. Und nach dem kann man dann den nehmen. Das ist tatsächlich die Hauptidee, der haupteinfachste Plan, sich auf der D-Linie danach zu verdreifachen und das heißt, dieses Feld D4 als Sprungbrett für den Turm zu nehmen. Ich habe sie einmal als Sprungbrett für die Dame genommen. Ja, was kann man daraus lernen? Diese Stellung, muss ich jetzt persönlich sagen, für mich ist der Lerneffekt da geringer, weil das eher ein sehr konkreter Fakt ist. Das ist jetzt nichts genau Positionelles. Ich habe dieses Feld D4 erkannt, ich habe diese Themen erkannt, ich habe sie einfach nicht gut miteinander verknüpft. Ich habe sie nicht gut verbunden und ich habe dieses Turm D4 als Sprungbrett nicht erkannt, aber generell habe ich die Themen der Stellung schon, denke ich so, wie ihr das jetzt gesehen habt, in der Analyse verstanden. Wichtiger für euch wäre jetzt, wenn ihr diese Ideen nicht erkannt habt. Da kann man was mitnehmen, wenn man die Idee gar nicht gesehen hat. Die Konkurve der Umsetzung ist am Ende immer nochmal ein zweites Thema. Das hat viel mit Berechnen und sowas zu tun, aber die Ideen erkennen, darum geht es viel mehr in diesem Video. Die strategischen Elemente dieser Stellung. Und wenn ihr die nämlich nicht erkennt, dann habt ihr was, wo ihr angreifen könnt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Macht's gut, euer Schachpanda. Ciao.